Dean Ambrose vorerst nicht im Ring Dave Meltzer berichtet, dass Dean Ambrose vorerst mit den Dreharbeiten für den MMA-Film Cagefighter beschäftigt ist. Dies soll seine Ringrückkehr im Independent Wrestling-Bereich als Jon Moxley verzögern. Wann die Dreharbeiten abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. WWE Sands of Time Logo geleakt WWE wird das Event in Saudi-Arabien am 7. Juni voraussichtlich Sands of Time nennen. Das Logo zur Veranstaltung ist bereits versehentlich veröffentlicht worden. Lars Sullivan wird vorerst nicht eingesetzt. Nach der Kritik von WWE-Sponsor Snickers und den Fans an Sullivans kontroversen Kommentaren, setzt WWE Sullivan vorerst nicht mehr ein. Bei den vergangenen Live-Events in Helsinki und Marseille trat er trotz Ankündigung nicht auf. Ob er bei Raw, SmackDown oder Money in the Bank zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Becky Lynch bestätigt Beziehung zu Seth Rollins Auf Twitter machte Lynch in einer Auseinandersetzung mit Beth Phoenix offiziell, dass sie mit Seth Rollins zusammen ist. Charlotte Flair und Roman Reigns werden heute Nacht bei Raw auftreten. Dies gab WWE offiziell bekannt. Charlotte Flair soll in einem Double-Contract-Signing-Segment mit Lacey Evans und Becky Lynch eingesetzt werden. Reigns ist für Miz TV eingeplant. Die heutige Raw-Ausgabe findet in London, England statt. Percy Watson verlässt WWE Casey Michael berichtet, dass Beth Phoenix Watson ersetzt. Der ehemalige NXT-Kommentator will sich auf seine Schauspielkarriere konzentrieren und wird nicht länger bei WWE aktiv sein. Die Bis zum nächsten Mal.